Ich habe mit sechs Jahren bei meinem Heimatverein zum Spielen angefangen, bin dann ein halbes Jahr später schon zum GAK. Der Jugendtrainer ist dort hingewechselt, der hat mich mitgenommen und habe dann eigentlich von klein auf, bis ich Profi geworden bin, alles beim GAK gespielt. Ja, sehr, weil einer keinem was schenkt. Man verzichtet natürlich in der Jugend auf vieles, auf Freizeit mit Freunden, aber es hat sich bezahlt gemacht. Ja, Ausland war immer eigentlich ein Ziel. Ich denke, das ändert sich dann einmal mit der Zeit vielleicht auch, wenn man einmal Familie mit einem Kind hat. Dann sieht man das vielleicht einmal von einer anderen Seite. Aber es wäre eigentlich schon schön gewesen, wenn mir das gelungen wäre. Ja, ich möchte den Trainerschein auf jeden Fall machen, weil der Fußball eine Leidenschaft von mir ist und mein ganzes Leben eigentlich mitbestimmt hat. Ich liebe den Fußball und das soll ja weiterhin so sein. Ja, ich möchte den Bayern haben. Ja, ich möchte den Family Network Julian Arte mit vermacht Gerätble. Ja, ich möchte ihn einfach anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020